Und diesem Prozess bewusst zu werden, das sind diese ersten drei Schritte. Und dann braucht es schlichtweg Präsenz im nächsten Schritt. Ah, spannend, überhaupt eine Haltung entwickeln zu können. Spannend, ich bin der letzte Dreck, ich darf nicht leben. Also ich will genau das erfahrbar machen, was diese ganzen Sink-Positiv-Verfahren immer mit dem rosa Tuch abdecken. Also genau dort in diese innere Matrix reinzukommen. Herzlichen Dank für dein Interesse, in deine ureigene Schwingung zu kommen. Abonniere jetzt meinen Kanal und bewerbe dich für ein kostenfreies Erstgespräch in dem Link hier unten in der Beschreibung.